Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, LP Lennox. Und in der letzten Folge haben wir wirklich extrem viel getan. Oh nein, ich springe hier natürlich raus. Nicht raus. Wir haben, ich zeige euch das mal, wir haben wirklich sehr viel gemacht. Wir haben hier unser Haus schon mal angefangen zu bauen. Die ersten zwei Räumer quasi. Dann haben wir hier einen schönen Weg nach unten gebaut. Der nicht mal mit Absicht war, also nicht zu 100 Prozent. Wir wollten uns bloß in der letzten Folge hochbauen. Und wir haben schon ein Baby-Alpake gefunden. Und dann habe ich mich in der deutsche Wohnung von einmal kamen wir da oben an. Was perfekt war, weil genau daran, genau an der... Hier sind wir rausgekommen. Und hier geht es dann hoch. Hier kann man dann, ja, hier oben halt rumlatschen, wie es einem gefällt. So. Und ja, dann haben wir hier unser Haus angefangen. Das hatten wir ja in der letzten Folge noch. Und ja, wir machen mal kurz auf. Das ist eine ganz gute Idee, finde ich. Habe ich auch in der letzten Folge geschwärmt, dass man hier quasi zumachen kann. So. Ja. Und dann haben wir hier den ersten Raum gebaut. Äh, ja. Hier kommt dann noch ein Raum hin. Wir haben eine schöne Aussicht. Wir haben außerdem herausgefunden, dass hier hinten... Ich mach nochmal kurz zu. Ne. Oh, Mensch. So. Das hier hinten, das möchte ich euch mal kurz zeigen. Äh, wir dieses, ich sag in Klammern, neue Biom haben. Dieses Antre-Wüsten-Biom. Hier sieht man es auch schon mit dem roten Sand. Das haben wir hier. Und da möchte ich in dieser Folge auf jeden Fall mal hin. Und, äh, möchte mir das mal ein bisschen angucken, weil ich war da tatsächlich noch nie drin, Leute. Ich war da noch nie. Hey, so. Äh, aber bevor wir das machen, äh, tut mir leid, äh, nein. Ey. Äh, ist das Baby-Lama da noch? Egal. Äh, tut mir leid, aber er bringt extrem viel Lie... äh, Leder. Ich will mich anspucken. Ich lasse ich leben. So. Weil wir wollen... Weil... Boah, ich hasse Islamos zu töten, äh, Alpagas zu töten, so. Dünne Leid, Kollege. Du darfst sie leben. Ja, hinweg. Äh, damit ich auf jeden Fall in der Folge noch hin. Ja, ja. Und vorher, bevor wir das machen, möchte ich... Äh, wo haben wir denn nächstes Leder-Sachen? Äh, bauen wir uns auf jeden Fall mal eine schöne... Ein... Nö, Leder-Rustung. Yeah, okay. Das hat es daher, wir haben jetzt eine... eine... heftige Gucci... Egal. So. Gut, das möchte ich hier aber auch nicht weiter stehen lassen. Das... Mach ich noch kurz, weil ich möchte hier eine Doppeltruhe herstellen. So, das bauen wir ab. Die Doppeltruhe möchte ich dann hierhin packen, müsst ihr leider. Dann packen wir jetzt erstmal den ganzen unbichtigen Kram rein, wenn wir nicht brauchen. Äh... Ja, das ist... Ja, das ist... Hier, das alles... Brauchen wir jetzt nicht. Doch, das brauchen wir. Und... Ja. So. Haben wir das auf jeden Fall, dann... Da... haben wir das. So. Perfekt, dann holen wir uns noch den Kram. Und packen den rein. So. Perfekt, so dann platzieren wir hier einfach mal eine Fackel. So dann haben wir natürlich auch noch schöner gemacht, ist ja klar. Äh, so dann machen wir das mal kurz zu. Hier kommt noch eine Wand hin. Denk ich, hier kommt noch eine Wand hin. Dann kann ich nicht mehr so viele Klöcke, wie ich dachte. So. Mit sich vorstehen, es ist nacht, ja. Äh, dann möchte ich auf jeden Fall... ...das nochmal kurz haben. Äh, das hier wird dann auch noch... Das wird jetzt Salz. So, das baut. Hey, du willst. Äh, das möchte ich auf jeden Fall noch umbauen. Hi. Äh, so. Ja, wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall extrem viel geschafft. Äh, ging aber auch ein bisschen länger und man hat euch nicht, warum ich so viel M sage. Ich hab keine Ahnung. So. Haben wir das auch geschafft. Und haben dann den Raum so gut wie fertig. Nur noch hier ein paar Fackeln hergestellt. Wir können ja noch den Raum schnell bauen. Bitte. Böse. Äh, ja. Egal. So. Dann bauen wir das. So, hier müssen wir ja jetzt nicht springen können. Packen das hier weg. Und das hier unten ab und dürfte das eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Ich kann irgendwie nicht abbauen. Ich kann nicht bauen. Und das klappt gerade nicht. Das war auch schon in der letzten Folge so. Wir lassen das jetzt einfach kurz so. Weil ich möchte jetzt hier das so machen und hier eine Fackel und machen wir einfach hier eine Fackel. Ja, doch so. Dann haben wir das. Wir machen hier auf jeden Fall auf und gehen dann mal in das andere Biom da unten. Da möchte ich auf jeden Fall noch hin. Wir haben Ersatzkram da. Ah, genau den Ofen. Ich möchte noch platzieren und die Werkbank. Ofen. Ist natürlich die Werkbank. Äh, packen wir einfach mal dahin und den Ofen packen wir hier hin. So, oh gut ist. Nehmen wir uns hier noch Curler und legen die da rein. Äh, so. Wir haben jetzt Schnee. Das ist sehr gut. Eigentlich nicht und ist auch überhaupt nicht wichtig. Aber egal. Nehmen wir hier so. So, und gut ist. Dann gehen wir jetzt los. Wir haben 19 Erde. Da fehlt aber ganz schön viel, weil wir haben doch eigentlich ein Stack Erde. Ja. Okay, lass. Möchte ich mal mitnehmen. So, auf jeden Fall möchte ich unterwegs noch mal. Äh, ja. Egal. So, dann gehen wir jetzt mal in das neue, in Anführungsstrichen, neue Biom. Runter. Und gucken einfach mal. Das Ganze aufsicht. Hier sind auf jeden Fall viele Haar. Äh, 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 äh. So. F�uhu. Gefällt mir richtig, die Welt. Wir haben hier auf jeden Fall Leben oder? Keramik, ja. Ich mag doch fast das selbe, nämlich ich glaube auf jeden Fall mal Rot mitnehmen. Weil daraus möchte ich mir auch irgendwas bauen. ich weiß nicht was vielleicht so ein klein wenig kippen oder so das ist doch Hautfarbe ich weiß nicht auf jeden Fall immer noch rot und dann möchte ich mir so ein wenig kippen daraus bauen vor uns kommt hier oder so keine Ahnung oben auf dem Berg ist noch gut ich dachte das wäre in der stein naja zack die Hautfarbe weiß wenn er wisst wie ich das meine ich ja auch nicht schwer zu verstehen wir nehmen einfach mal ein Steck mit so dann haben wir das ganze auch ja ich finde das ist ein bisschen sehr schöner Block finde ich das ist ja auch wie lebt quasi ist das nicht es ist gar nicht es ist kein Leben ja aber wissen wie ich meine das ist fast 1 zu 1 so aus oder durch mich da von mir aus kommt davon auch mal eine Live-Folge können wir auch gern mal machen ich würde auf jeden Fall lang am Abend ich bin ich bin noch ein bisschen mit ich bin um dann erkunden das einfach nach der Nacht mal noch und durch die 1 60 62 62 4 60 so jetzt gehen wir schon raus zack 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 wir noch das war wohl so viele Stücke Lohi okay die nehmen dann gleich mit jetzt erst mal hier wieder hochkommen und wie und zwar so schnell wie möglich weil keine Lust habe zu sterben Prozent obwohl die Führung macht die werden ja nicht sofort sterben denke ich bei meinem Spiel kann ich mir das gut vorstellen aktuell so ich habe auf jeden Fall so eine Prozent Schildkröten Panzer die ganz machen also Sonne so ein Helm das sieht zwar nicht cool aus aber trotzdem so und wir machen das jetzt einfach mal zack 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 das sieht cool aus ja okay das gefällt mir so und dann gehen wir schlafen haben das geschafft ist ja auch nicht schwer sondern gehen wir auf jeden Fall mal runter und hier so ich glaube wir haben auch schon eigentlich recht viel für diese Folge gemacht und gehen jetzt nochmal hier runter ich will ihn grad echt kurz um die Augen sehen wo ist er komm her ich will gegen ihn kämpfen ah da ist er ich möchte gegen ihn kämpfen soll ich soll ich nicht soll ich soll ich nicht ich es noch mal kurz ich freue mich ja 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 nein komm her ich werde sterben das wird der erste Tod nein 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 wo ist er nein sie schickte politiert weil ich hätte direkt angreifen sollen ich habe naja so ist es dann wird doch nicht der erste Tod in dieser vor Prozent in dem Projekt weil ich hab's Geld ja das wird nichts was da hinten ist er bleibt da ja nicht weg ja ich komme ich komme nein 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 oh er ist tot wo 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 oh nein Angst 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 es stirbt nein ah leider müssen los nein ok ich weiß nicht aber er ist so knapp vor dem Tod nein das war so knapp Leute nein ok wieso stirbt denn nicht der hat doch irgendwie nur 16 Leben oder so oder habe ich das falsch in Erinnerung und nein wo war das ich muss hier runter das wahrscheinlich mit der Faust one hit so sogar ich meine hier liegt immer noch das Fleisch rum ich weiß nicht wo ich gestorben nein hier er hat mir heftig gegeben komm doch wieder her er traut sich nicht ich die Leute Endermenzen so die haben Angst ja die haben einfach nur Angst ja ich habe ihn fast getötet aber er hatte dann seine Anfälle so und wenn ich den nochmal sehe ja mach ich das mit ihm so haben wir auf jeden Fall damit ist doch der erste Tod zack noch alles wieder zum Glück na doch ich habe keine Ahnung das ist jetzt auch gerade egal so wir haben auf jeden Fall den Endermen nicht getötet wahrscheinlich hätten wir endlich mal eine Enderpelle bekommen weil der hat uns auf jeden Fall wir haben nicht ihn getötet sondern er hat uns getötet ich habe doch gerade was gehört was war das ich habe doch was gehört egal ja auf jeden Fall ich hoffe ich habe diese Folge gefallen von dem Minecraft was weiß ich wie ich das nenne Projekt wir nehmen jetzt noch da hinten die Blume mit ja die Blüme damit wir in der nächsten Folge mal wieder eine schöne rote Dingensplatte haben Leute da müssen wir auch noch hin was ist das denn Leute was ist das das Eisbär Leute was ist das hier ein Seat da ist das es geht wo du machst es viel Schaden kriegt man nicht so sonderes oh mein Gott Leute das ist das das ist das das ist das der nächsten folge an gehen hier auf ein so ein block leute ich habe keine ahnung was ist das also das eis ja das sehe ich sogar pack eis mal so leute ich hoffe euch hat diese folge gefallen ich hoffe euch hat diese folge gesagt gefallen von mein kopf was weiß ich wie nenne ich das projekt und ja bis zum nächsten mal leute